Einen wunderschönen Tag wünsche ich euch ZuhörerInnen hier zu einer weiteren Folge der Filmkritiken bei uns im Tele-Stammtisch heute mal mit zwei Filmen und einer Kanalbesprechung Film 1 wäre Soul, ein neues Pixar-Meisterwerk, das jetzt ab dem 25. Dezember live zum Weihnachtsfest auf Disney Plus gestreamt wird besprochen haben das Lasse und Till. Konnte man ja im Vorfeld jetzt auch schon hören, dass das ein kleines Meisterwerk sein, sondern mal schauen was die beiden dazu zu berichten haben. Die nächste Besprechung in der Runde ist die Besprechung zu Happiest Season kann mit einem ziemlich guten Cast hier aufwarten, ich sehe hier Kristen Stewart, Mackenzie Davis Alison Brie, Aubrey Plaza und so weiter und so fort und da geht es anscheinend auch um Weihnachten und um Familie. Paul und Pete haben sich den angesehen und ja, die werden uns sicherlich einen guten Überblick geben können ob dieser Film was taugt und zu guter Letzt besprechen wir noch oder beziehungsweise geben wir einen kleinen Einblick zu TV Now dem ja Streaming Schrägstrich Mediatheken Angebot von RTL und Konsorten da wird uns die Nina ein bisschen was darüber erzählen können soweit so gut lasst uns Likes da kommentiert uns und ja denkt auch jetzt in der Weihnachtszeit ein bisschen an uns tut uns allen gut viel Spaß bei den Besprechungen und bis bald Hallo und herzlich willkommen hier beim Telestammtisch dem Podcast mit Herz und Seele und als hätte ich es mir gerade ausgedacht ähm geht es um den Film Soul und diesen Film bespreche ich natürlich wie immer nicht alleine Lasse grüße dich Hallo du hast deine Seele Gott sei Dank noch nicht verkauft oh ich tue mein wie oft hast du sie schon verkauft das ist die bessere Frage wahrscheinlich noch ist es nicht so weit vielleicht wird es irgendwann passieren in diesen harten Zeiten das ist sehr schön falls es so ist kannst du einfach wieder auf die Erde zurückspringen das ist ja alles ganz einfach sehr schön so Soul ähm bevor es zur Story geht das ganze Ding ist ähm natürlich von Pixar ähm unter dem unter dem Schirme von Disney und hat einen wie ich finde sehr schönen wunderschönen Regisseur und damit meine ich nicht dein Aussehen nein auf gar keinen Fall entschuldige Pete Doktor aber damit meine ich nicht dein Aussehen aber der hat gemacht ähm ab oben ähm der hat die Monster AG gemacht als Autor oh ich hab mich ver Moment ich bin ja hier außerdem Inside Out äh ja ich wollte gerade und der hat mir hier gerade Camp Powers genau der hat mir eigentlich wollte ich hier gerade fantastisch überleiten zu er hat meinen absoluten lieblings Pixar Film gemacht und dann ist mir hier mein Handy abgeschmiert ähm ja Inside Out ähm das wird bis jetzt mein absoluter Favorit ähm thematisch man merkt es dass er sich wieder sowas ähnliches herangetraut hat ähm oh ja oder in gewissem Sinne ja äh es ist im Prinzip geht es um ähm den Musiker Joe welcher unbedingt sehr gerne ein richtig professioneller Jazzmusiker werden möchte und in New York lebt äh allerdings ist er im Moment äh äh quasi noch noch nicht ganz festangestellter Lehrer für eine Schule Musiklehrer wo es jetzt nicht unbedingt gut läuft er hat dann die Chance auf einen großen Gig um sich zu beweisen leider passiert ein Missgeschick und ähm seine Seele verlässt seinen Körper und jetzt befindet er sich quasi in so einer ihm fremden Welt wo er äh als Seele quasi hinter die Kulissen blickt äh wie entstehen im Prinzip überhaupt die Seelen der Menschen und er trifft auf eine Seele die quasi ihre Bestimmung noch nicht gefunden hat sozusagen sodass er dann halt auf die Erde in irgendein neues Lebewesen schlüpfen kann und äh die beiden tun sich zusammen er natürlich versucht in seinen Körper zurückzufinden und äh diese andere Seele äh einfach nur mit dem Namen 22 oder 22 ähm äh sie die beiden halt äh kommen erst nicht mehr dann da klar versuchen sich irgendwie zusammenzuraufen hier hat er so eine gewisse Agenda und es passieren auch ein paar Twists und Turns mit denen vielleicht einige Leute nicht unbedingt so rechnen ja das klingt doch das klingt doch fantastisch und ähm 22 genau das sind die alle Seelen die oben die quasi ja die warten ähm auf die Erde springen zu dürfen um sich um sich ihre ihren Menschen zu suchen ähm ja die sind nummeriert so viel sei vorweg gesagt ähm und eben die Tatsache dass dies äh weil ganz am Anfang wird dann halt eine Seele ausgerufen die hat irgendwie eine Zahl mit was weiß ich 530 Milliarden oder wie auch die Tatsache und eben die Tatsache dass das halt die Nummer 22 ist bedeutet sie ist halt wohl eine der ersten gewesen und hat bisher noch nie dieses Recht da oben verlassen ne und das ist wirklich das das hab ich beim ersten erst gar nicht geschnallt es wird so eine elendlange Zahl aufgerufen dann kommt dann kommt die ja da oben sind die so ein bisschen wie so wie so Camp wie so Camp ähm ähm Betreuer Counselors ne oh ja ja genau und ähm ja dann wird sie aufgerufen und jeder kriegt einen zugewiesen und man hört es einfach nur poltern und dann wird die 22 aufgerufen das hab ich erst gar nicht geschnallt ähm aber es ist das ist man merkt es dann auch weil er kennt jeden er oder sie ähm vornehmlich er im Prinzip sind diese Seelen genau im Prinzip sind diese Seelen geschlechtslos halt was immer für Stimmen sie haben ist dann halt eine Illusion zum Beispiel halt alle die von diesen Camp Betreuern heißen Terry äh jetzt ganz ähm hängig vom Geschlecht der Stimme und so weiter und so fort und ja genau also halt entsprechend halt sie sie beweist halt ich könnte auch ich könnte auch ganz anders klingen aber ähm sie hat sie hat sich diese Stimme ausgewählt weil sie anderen auf die Nerven geht exakt einfach absolut fantastische Erklärung fand ich fand ich ganz großartig ja ja ich fand ähm ja unser unser Hauptcharakter wird ähm im englischen Original also wir haben ihn auf Englisch geguckt gesprochen von Jamie Fox und das klingt auch alles ganz cool also der einen sehr wundervollen Drop macht hier ja ja gefällt mir echt insgesamt alle halt ich hab ich hab ein paar Stimmen hier und da erkannt ich war mir bei 22 nicht sicher ich wusste halt nicht ich kenn die Stimme irgendwoher ich bin mir nicht sicher es stellt sich heraus es war Tina Fey äh wir haben andere äh Sprecher hier und da äh Alice Braga ist als einer von den äh Jerrys da äh Richard Ayoade hab ich gleich erkannt er hat diese 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 ganz besonders quäkne Stimme halt äh äh ihn hab ich sofort erkannt weil ich bin mit seinem äh sehr vertraut und man hat ja auch einige andere äh coole Leute Angela Bassett äh spielt eine kleinere aber wichtige Rolle ähm David Deeks äh ist hier zu hören also man hat ja schon einige ähm äh Wes Doody auch noch was mich sehr überrascht hat als Counselor Jerry aber ja also man hat hier man hat hier gute Stimmen die haben ihr ein gutes Händchen mit dem äh Casting bewiesen und ja dieser Film wurde im Vorfeld ja ich mein irgendwie ja alles von Pixar wird in irgendeiner Form ziemlich gehypt wenn es nicht gerade sowas wie A Good Dinosaur ist was ja eher so untergegangen ist zu Recht weil es nicht nach irgendetwas super originellem aussah aber ich denke bei diesem Ding haben halt viele ähm auch vor allem halt gesagt oh wow ein ein so ein äh Mainstream-Animationsfilm mit eben einem größtenteils nicht weißen Cast dann hat man eben die Thematik von Jazz und dann waren auch zusätzlich welche Komponisten beteiligt waren und bla 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 also das Ding wurde ganz schön gehypt eben auch wie die Trailer aussahen äh und letztendlich kam es ja nicht zu einem Kino-Release ich finde sie haben die richtige Entscheidung getroffen dass sie gesagt haben wir bringen es jetzt auf Disney Plus das wird jetzt am 24. 25. Dezember wird es soweit sein dass er dort ist und ich finde dass es so richtig gehandelt äh damit es halt dann entsprechend einigen Leuten zugänglich gemacht wird und irgendwann kommt er sind ja auch auf dem VD ähm ja aber Pixar ist halt allgemein so ein Evergreen für die Leute halt für mich auch ich hab so gut wie alles gesehen von denen bis auf zwei Filme die mich nicht interessieren ja und wie fehlen dir? äh Cast 3 weil ihr könnt mich mal und Toy Story 4 weil ich ich seh da keinen Nutzen dran aber ja dieses Ding hier hat mich interessiert aber ich hatte auch vom Trailer her so eine gewisse Sorge die sich hier auch gewissermaßen äh bewahrheitet hat oha ich hatte auch eine Sorge aber ich wurde dann zufriedengestellt ich bin gespannt oh ok ok ne da würde ich aber erst von dir gerne wissen was war deine Sorge? also er fängt ja im Endeffekt hat man ja im Trailer schon gesehen diesen Shot er schwupps fällt den Gulli ähm und ist tot dann ist er ne dann ist er auf dem Weg in Richtung Licht ähm auf so einem Förderband was ich ganz schick dargestellt finde und dann er hat aber keinen Bock und er entkommt dem Ganzen so so viel sei gesagt weil er landet ja da oben bei diesen Seelen die ihren ihren Körper suchen quasi die Neugeborenen mehr oder weniger und dann hab ich mir nach ein paar Minuten gedacht also war alles ganz lustig und sah alles ganz hübsch aus ähm und dann kam es halt so weit dass man es nicht mehr von den Trailern kannte und dann hat sich das ganz schnell auch wenn es geil aussah auch diese ähm die ganzen Terrys Jerrys Terrys ähm die waren auch toll aus wie so wie so ja wie so Picasso Strichzeichnungen und dann dachte ich mir das wird aber schnell es nutzt sich aber schnell ab da oben ähm ja genau den Effekt hatte ich auch ja das ganz komisch was Pixar eigentlich immer richtig gut hinbekommt ähm ich denke mal an die Gedankenzentrale bei 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 Alles steht Kopf zum Beispiel das ist immer fantastisch wie ich finde das Ding bei das ist eben das Ding bei Inside Out wie sie halt im Verlauf des Films stellen sie halt noch mehrere andere coole Mechaniken und andere Dinge die so in dem Kopf passieren also die es wird halt nie langweilig in dem Sinne was es dann auch so alles passieren kann und hier ist es einfach wir haben hier diese Idee äh wir sind für wir sind für eine Weile hier aber nach einer Weile gibt es eigentlich nicht wirklich mehr irgendetwas Neues äh in dem Sinne bis auf das was halt im Prinzip es gibt so eine Art Beinahel-Villain was so eine Art von ähm Polizei darstellt die ihn dann halt in irgendeiner Form äh nachstellt und äh was dieses was dieses Ding alles so kann und was das für Tricks drauf hat das das hat so ein bisschen mehr Abwechslung noch reingebracht ähm und dann ist da eben noch ein anderer bestimmter Aspekt nicht erwähnen möchte aber ohne zu spoilern das wird eine äh spoilerfreie Review ähm was was meine Sorge war vom Trailer hier ist war das Grundkonzept von äh Figuren die nicht miteinander klarkommen müssen quasi einen Weg zurückfinden der und und das ist etwas was Pixar viel zu oft gemacht hat meiner Meinung nach es ist halt dieses Handlungsschema hast du in mehreren von den Filmen ich meine du hast das in in beiden in den beiden ersten Toy Stories eigentlich hast du es auch im dritten Toy Story ich kann nicht für den vierten sprechen ich weiß nicht ob sie da dasselbe machen du hast es bei A Good Dinosaur du hast es bei Inside Out definitiv ähm du hast es bei ach Gott da war noch ah ja er findet der kleine dicke im Prinzip ja aber da steht nicht wirklich die Reise halt oh wir müssen den Weg zurück finden sondern wir wollen zu diesem bestimmten Punkt der woanders ist also es gibt einen gewissen anderen Spin aber halt und das hier ist halt wieder diese Story Schema und ich hatte vor einer Weile auf Twitter geschrieben wenn die noch mal sowas machen dann zerschlag ich irgendwas weil es irgendwann nutzt sich diese Art von Story Konzept einfach ab und ich meine es steckt noch sehr viel mehr hinter das ist halt nur ein Aspekt davon es hat natürlich noch andere Handlungsstränge von wegen das Konzept so ein ganz bestimmtes Konzept wird hier im Prinzip visualisiert so eine Art von von so so Sprichwort wo ich mir dachte weil und das und das sagen sie auch so gegen gegen Ende und da dachte ich okay das ist halbwegs clever und aber dann halt so trotzdem das Grundkonzept von zwei Charakteren nicht miteinander klarkommen und die lernen irgendwie klar zu kommen bla 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 und dann gab es für die ersten paar Minuten war ich voll ends drin also ich war von Anfang an der Film hat einen sehr sehr guten Start wo man sofort das Dilemma versteht es hat einen guten Humor einen sehr sehr guten Hook und dann sobald er in die aus dem Körper geschleudert wird hat das sehr sehr gute Visuals und die Art und Weise wie sich die Musik verändert funktioniert sehr gut und dann ist man für eine Weile da aber es ist halt ich hab eben das Gefühl dieses Konzept ist zu abstrakt für die intendierte Zielgruppe möglicherweise was halt auch teilweise der Fall war bei Inside Out aber da haben die einen besseren Weg drum morgen gefunden hier hab ich das Gefühl die Spielen ist sehr sehr safe wo irgendwie sie wir denken uns jetzt nicht zu crazy Sachen aus es ist alles extrem simpel es ist alles sehr sehr schnell begreifbar auf irgendeine Art und sie verweilen nicht wirklich lange bei bestimmten Dingen wo du halt vielleicht noch ein bisschen neugieriger drauf gewesen wärst das also das da hatte ich so ein bisschen das Problem mit ja das stimmt das hatte ich aber auch nur bis na es kommt halt etwas was man absolut nicht erwartet wie kann man denn ich sag einmal Stichwort Stichwort Katze so und das da kam der Punkt für mich wo es sich wieder gedreht hat und ich anhand meiner Bewertung nachher wird das relativ eindeutig wie fantastisch ich den dann tatsächlich fand weil irgendwie war das war das cool weil die haben es dann vielleicht haben sie es selber gemerkt oder das Gefühl gehabt okay so wie wir dieses Reich da oben weil es ist nun mal visuell dargestellt über der Erde ähm äh da haben sie gemeint ja vielleicht doch ein bisschen zu eintönig da müssen wir schnell wieder weg vielleicht auch von vornherein so bestimmt worden es gibt dann einen netten Turn da passiert noch ganz ganz viel dann auf der Erde und das hat mir sehr gut gefallen sehr 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 gut ich fand es lustig ich fand es ich fand es toll dargestellt und dann gibt es ich weiß gar nicht wann es dazu kommt dieses diesen Teil der verlorenen Seelen diese diese das sind keine Gestorbenen das sind keine die darauf warten ähm eine Seele zu finden sondern Leute die sich die sich verloren haben zum Beispiel jemand der mit seinem Job völlig unzufrieden ist depressiv da bei Arbeit rumlungert irgendwie keinen Bock mehr hat ähm wie sie das alles wie sie das alles damit rein verbinden und was sie dann noch alles aufmachen halt wir wollen da nichts alles verraten aber das fand ich ziemlich clever und ganz cool ja äh das Ding ist halt bei dem den Punkt den du vorhin angesprochen hast das ist das wo wir halt komplett auseinander gehen denn sobald es in dieser bestimmten Sequenz zurück auf die Erde geht und äh sich dieses Szenario entpuppt als das was es ist da bin ich mental komplett ausgestiegen und fand das ziemlich schrecklich weil ich ich fand es einfach so da plötzlich wird es zur Slapstick-Komödie und halt äh mit mit dummen Sachen auch was was extrem zu dem Punkt wo es halt extrem vorhersehbar wurde das war genauso derselbe Effekt wie den ich bei äh Mirida hatte auch in Bexar-Film wo ähm es zu einem bestimmten Punkt in der Story kommt ab dem ich dann sofort wusste ah darauf läuft es hinaus und äh und es es ist so ein vergleichsweise vielleicht fast ähnliches Konzept aber halt ich weiß es nicht ganz sicher aber es ist halt ich fand das so für eine viertel Stunde war ich komplett draußen und ich dachte oh Gott nein also das das fand ich halt absolut äh nicht die richtige Richtung für diese Art von Film und dann irgendwann irgendwann gegen Ende von dieser Sequenz haben sie es haben sie wieder ein bisschen mehr rausgeholt wo es halt ein bisschen mehr so in die emotionalere Schiene ging und es so ein bisschen vager wurde mit bestimmten Dingen und alles danach war dann war dann wieder gut hat es auch so ein bisschen gerettet aber dieser bestimmte Mittelteil der der äh ragt da für mich raus wie so ein angeschwollener Daumen und ah okay ne ich fand's mir hat das mir hat das gut gefallen ähm ich fand's ja ich fand's irgendwie irgendwie cool das war damit habe ich nicht gerechnet dass das jetzt passiert und der Grund wäre es ich auch nicht zugegeben wahrscheinlich niemand weil das war ja nicht das war nicht zu sehen und dann was aber auch noch dazu kommt dieser gesamte Film und als ich dann den Trailer gesehen habe der dieses ganze der diesen ganzen Film so ein bisschen besser beschreibt und zwar sieht man ja im Trailer dass die auf die Erde springen quasi als würde man vom Mond quasi gucken ähm und was mich so ein bisschen emotional damit verbindet und das ist jetzt kein Scheiß ich denk mir das nicht aus ich hab ne Tochter die ist sechs so und die hat schon die sagt jahrelang schon dass sie ähm quasi dass sie quasi von dass dass ihre Seele quasi vom Mond auf den Mond auf uns auf uns gewartet hat also die hat sich da so als Kind Kleinkind sowas ausgedacht ähm das ist jetzt nicht irgendwie dass sie sagt ja toll und Gott und bla sondern ähm oder irgendwie im Kindergarten von Religion gehört sondern sie hat von sich aus irgendwie gesagt sie ist irgendwann vom Mond gesprungen und ist bei uns gelandet so und das war immer total süß und wir dachten das ist dann irgendwie eine tolle Idee von so einem kleinen Kind und dann kommt dieser Film und droppt eigentlich genau dieses Thema ähm und deswegen fand ich das hat mich das so nimmt mich das so sehr ein oh ja so einen Effekt gibt es manchmal ja tatsächlich ja das ist total krass ach Gott ja genau das kann ich gut verstehen definitiv und es gibt eben noch etwas was ich kritisch ansprechen muss bei diesem Film und zwar äh vom Trailer her hatte ich so die Ahnung in was für eine Richtung das geht von Konzept her und zwar in dem und das ist etwas was mir aufgefallen ist in den letzten Jahren bei Animationsfilme mit nicht weißen Hauptfiguren und zwar dass diese Filme ähm ein Konzept beinhalten welches diese nicht weiße Hauptfigur in etwas äh Hautfarben Neutrales verwandelt als was sie dann für den Großteil des Films zu sehen sind das hast du bei Küss den Frosch ah das hast du bei diesem das hast du bei diesem Tauben Will Smith Film ich weiß nicht mehr Spy wie auch immer ja ja dieser Tauben ja stimmt das das hast du hier und im Prinzip hast du das so ähnlich auch bei Coco wo du halt äh halt den den Großteil des Films äh verbringst du in einer Welt voller Skelette die ja sonst wie hätten aussehen können äh vorher und halt du hast du hast den du hast die Hauptfigur die dann halt quasi dann so knochenmäßig geschminkt ist und dann auch nach einer Weile diese Schminke los wird aber halt dennoch es ist es trotzdem irgendwie ähnlich und das ist das ist etwas was mir in mehreren Animationsfilmen aufgefallen ist und hier ist es eben genau dasselbe ähm wo es halt er ist er ist mehr als er selbst zu sehen als ich gedacht hatte aber es ist dennoch diese Art von Konzept und das ist etwas was ich ein bisschen zweifelhaft finde okay ach du was ja kann man natürlich ja es ist schwierig ich weiß was ich weiß was du meinst es ist es in der Tat ja und ich kann hier keinen Fass aufmachen aber das ist eben etwas was man ansprechen muss finde ich ja hab ich gar nicht drüber nachgedacht tatsächlich also ist mir gar nicht ist mir gar nicht aufgefallen aber ich kenn ja es gibt es gibt in Filmen sowas wo man plötzlich denkt hä das ist das ist irgendwie seltsam und warum denn gerade jetzt und warum immer mit dem gleichen Schema das das stimmt schon ja es ist halt schon wie gesagt es ist noch ein bisschen komisch etwas komisches was mir aufgefallen ist bei Filmen dieser Art aber naja man hat ja so so pressemäßig oder schlagzeilmäßig hat man darüber im Gegensatz zu jetzt zum Beispiel diesem ganzen Oscar Gebäsche dass da immer nur weiße Hauptdarsteller gewinnen oder nominiert werden so dahin gar nichts gar nichts gelesen oder gehört ich bin gespannt ob da nochmal was kommt könnte sein dass dieser Film vielleicht weil es eben ein Pixar Film ist und das ist halt das ist vielleicht jetzt letztendlich vielleicht so eine Art von Backlash kommt und dann mal Leute das ein bisschen weiter ansprechen also wer weiß wer weiß eben ja auch weil eben ja gerade auch weil dieser Film wichtige Teile von der afroamerikanischen Kultur eben beinhaltet und thematisiert das stimmt und gerade dass das eben so im Fokus ist konnte vielleicht dafür sorgen dass die Leute vielleicht noch mit ein bisschen anderen Augen sehen und dass ihnen das so auffällt wie es vielleicht vorher noch gar nicht aufgefallen ist obwohl ich halt dachte ich weiß nicht ob es da bei Kirsten Frosch wirklich diese Kontroverse bei gab aber da hat er andere Kontroversen rundherum also vielleicht ist das dann untergegangen das kann sein ja das kann sein aber ganz kurz es ist ja achso wolltest du noch was sagen ich wollte noch was ansprechen weil Animationsfilm heißt ja nun mal Computeranimiert was sagst du zu den Animationen selber es ist ja Pixar steht ja immer eigentlich für's für's Top-Notch wie gefallen dir die Animationen visuell ist der Film sehr sehr gut und da ist mir eben etwas bestimmtes Positives aufgefallen weil viele Pixar-Filme finde ich sind relativ langweilig beleuchtet ich fand solche zum Beispiel Filme von Dreamworks die waren immer sehr viel kreativer mit ihrer Beleuchtung ich finde ganz oft sehen Pixar-Filme irgendwie flach aus nicht besonders stimmungsvoll bis auf bestimmte Szenen vielleicht und hier ist mir zum ersten Mal bei den Szenen in New York ist mir die Ausleuchtung aufgefallen und in dem Sinne wie unfassbar realistisch und stimmungsvoll das wirkt mit dieser leichten mit diesem Herbst-Flair im Prinzip der da ist und was die was eben so lustig ist ist bei bestimmten Animationsfilmen hast du das Gefühl die wollen irgendetwas pushen irgendetwas Neues hat irgendeine bestimmte Technik zum Beispiel bei Monster AG hattest du Sallys Fell da wollten die das hervorheben und bei Merida da hattest du die Haarphysik und so weiter und so fort Merida Rapunzel Haare genau und bei Moana oder Vaiana je nachdem da hattest du halt natürlich Wasser und so und hier habe ich das Gefühl was die hier pushen wollten waren mehrere Sachen einmal eben die Beleuchtung die sehr gut ist dann die Crowd-Animationen weil was die da in den New York Straßenszenen machen ist unfassbar das stimmt das ist wirklich fantastisch und dann auch noch Hauttextur auch und in der Art und Weise wie Licht auf Haut scheint ich habe das Gefühl da haben sie sich sehr viel Mühe gegeben wollten das sehr pushen so sehr sogar dass ich ab und zu so einen gewissen Uncanny Valley Effekt hatte weil das einfach zu realistisch aussah und das fand ich sehr beeindruckend ja das fand ich auch und das verstand und vor allem im Kontrast mit dem mit dem ich nenne es mal Seelenreich keine Ahnung wie man es da oben nennen soll weil da ist ja alles sehr gerade die die Wesen die dort oben hausen die sind die sind 2D und alles andere ist ja sehr sehr comichaft dargestellt sehr sehr flach dargestellt auch wenn man ja genau so weich fluffig und genau wie so ein Weichzeichen als würde als würde so ein Instagirly wieder ein Selfie machen aber nur halt in cool das sah ganz hübsch aus alles sehr farblich sehr gleichgehalten mit verschiedenen blau grün türkistönen oder petrol das ist halt sehr viel das ist sehr viel gleichförmiger aber es ist halt trotzdem hübsch anzuschauen und das war es wirklich aber es ist halt sind halt diese diese geschlechts und größtenteils featurelosen Blobs aber ja es ist trotzdem es ist trotzdem nett anzugucken obwohl das halt eben nicht so viel Persönlichkeit hat wie das Zeug auf der Erde ja genau ja und was ich auch noch erwähnen muss ist weil sonst steinigen mich Leute dafür ist natürlich der musikalische Anteil das wollte ich gerade drauf genau ja sehr gut und zwar wir haben hier die die Jazz Stücke von John Pettiste auch mit arrangiert und ich finde das hat alles sehr gut funktioniert in der Art und Weise wie wie sie das spielen wie sie das zur Thematik machen aber einer der großen Punkte bei dem Film ist ja das ist der erste Animationsfilm bei dem Trent Reznor und Atticus Ross den Score schreiben die die letzten drei David Fincher Filme vertont haben jetzt inzwischen sogar vier mit Menk und das sind das sind Komponisten denen ich nichts abgewinnen konnte im Filmbereich halt ich will denen gar nichts wegnehmen was die halt abseits davon gemacht haben aber halt ich fand halt alle ihre Scores nicht im geringsten gut also wirklich ziemlich furchtbar das hier ist der erste Trent Reznor Atticus Ross Score der mir irgendwie gefallen hat wo ich wo ich fand das ist das wo sie irgendwie wirklich mal irgendetwas rausgeholt haben aus etwas vielleicht hat der Film sehr auf andere Art und Weise inspiriert aber ich finde ihre leicht abstrakten gleichförmigen Klänge waren hier sehr gut eingesetzt sobald dann die Titelsequenz kommt das Unterschwellige im Seelenreich weil es ist halt ganz klar aufgeteilt halt deren Klänge sind auf das Seelenreich und so weiter beschränkt und das funktioniert alles sehr gut es ist stimmungsvoll es klingt hübsch man kann es hören und gerade im Abspann und kurz vor dem Abspann da gibt es so sehr sehr berührende Klaviermelodien die ich auch wirklich also die mich richtig gepackt haben und wo ich dachte boah diese Klingel von den beiden also ich muss sagen die Musik funktioniert gut ja fand ich auch also ich bin was Musik angeht ich höre gerne Musik ich bin da natürlich nicht so analytisch wie du du bearbeitest es ja jetzt extrem auch rein unabhängig jetzt vom Podcast wie der eine oder andere weiß und es funktioniert gut so das finde ich das ist immer so dieses wenn ein Film wenn es sich um Musik dreht sei es La La Land mit Gesang noch dazu oder sei es Whiplash auch Jazz aber ganz andere Richtung für mich funktionieren die Filme immer super also gerade die beiden die ich jetzt noch genannt habe auch wenn ich von Jazz und von Musik so keine Ahnung habe und das finde ich immer ganz gut weil wenn ich da sitze und denke ja und wenn ich da sitze und denke ja okay die zeigen mir jetzt irgendwie Jazz ich habe keine Ahnung von Jazz das interessiert mich nicht dieses Gefühl habe ich bei diesen genannten Musikfilmen wie auch jetzt Soul nicht gehabt das kommt einfach rüber ja also die Jazzstücke sind schön jetzt mit nicht so übermäßig riesengroß Fokus aber das funktioniert alles gut und eben dass sie sich da eben auch ein Profi geholt haben und aber auch die die Seelenparts von von Razzle und Ross funktionieren gut und ich hatte nämlich schon gedacht dass es diese Art von Unterteilung wahrscheinlich gibt aber ja es ist gut gelöst also die beiden haben was was Nettes abgeliefert hier äh abseits von dem von dem Jazz Zeug und ja also da kann ich nicht mehr zu sagen das ist das erste Mal dass sich in irgendeiner Form angetan war von deren Score mhm ja tja ja das ist so weit alles das äh gäbe es sonst noch irgendetwas was du hinzufügen möchtest bevor wir zum Fazit kommen weil ich glaube ich habe so ziemlich alles gesagt ja ich denke also es gibt ganz ganz viel aber das kommt jetzt bald raus Spoiler nein ähm und das bei dem Film würde ich auch nicht sagen dass wir jetzt nochmal ein Spoiler-Part hinten dran hängen weil das nein lohnt sich bei dem bei dem würde ich würde einfach sagen am 25. auf Disney Plus genießen ähm und jeder der Bock auf Pixar hat wird wahrscheinlich auch Disney Plus haben ähm mit Kindern sowieso finde ich sehr zu empfehlen ähm ja Kindern wird es gefallen Erwachsenen wird es gefallen genau ja ich würde es ich würde es ich würde es Fazit machen hau rein okay okay dann ich der erste ähm ich gebe sehr lieb gemeinte 3,5 von 5 Punkten weil dieser dieser besondere Mittelteil äh hat da äh einiges äh zusammengeworfen also durcheinander geworfen bei mir wo ich dachte oh nein also das war halt wirklich etwas was ich gar nicht mochte und eben auch die die Tatsache ich hatte das Gefühl sie machen sich ein bisschen zu leicht mit dem Konzept vielleicht sie trauen sich nicht wirklich super mega viel und eben auch eine der großen Enttäuschungen ist am Schluss war ich halt jetzt nicht wirklich so mega also ich hatte halt keine Tränen in den Augen am Schluss der Film endet etwas abrupt und äh es war halt nicht wirklich diese Art von Herzschmerz wie ich sie sonst bei anderen äh Pixar-Filmen verspürt habe und deshalb fehlte mir da so ein irgendwie so etwas Gewisses und ich konnte mir ich konnte mir nicht ganz vorstellen was ich ich schätze halt mal dass das Ding ist sie meiner Meinung nach haben sie nicht alles daraus geholt was was hätte gehen können äh er ist nicht er ist nicht er ist nicht oft so lustig wie er sein wollte meiner Meinung nach aber es gibt ein paar sehr gute Gags halt ganz besonders wenn es darum geht äh was wen sie halt schon so alles durch hat als Mentor die Firma 22 es gibt einen grandiosen Witz mit Abraham Lincoln ähm es gibt ein sehr schönes Easter Egg wenn man die ganzen gesammelten Aufkleber sieht da in ihrem Hideout und einer von denen im Vordergrund ist Joe Ranft ich habe ich habe schon ja ich habe gesagt auch wenn man jetzt anhält dann sieht man eine Milliarde Easter Eggs ich habe dann über den Film hinweg vergessen nochmal zurückzuspulen und mir die anzugucken tatsächlich oh ja ich habe es mir alle angespurt es war zu 100% die Szene ja genau ja da gibt es ja da gibt es einige gute Sachen und eben halt ein schönes Joe so ein schönes Joe Ranft Acknowledgement der schon seit äh mehreren Jahren nicht mehr unter uns weil da halt sehr sehr viel im Animationsbereich mitgearbeitet hat auch für Pixar ach Gott ja ähm naja also ja wie gesagt mein letztendliches Fazit ist halt ich würde ihn nicht zu Pixars Besten zählen es ist definitiv ein guter Film das will ich nicht anders sagen ähm aber es hat halt er hat halt mehrere Negativaspekte die mich davon abhalten dem jetzt die Höchstwertung zu geben aber ich kann ihn trotzdem guten Gewissens empfehlen für Eltern und äh Kinder die neugierig sind ja definitiv ja bei mir ist das ähm ich gehe ich gehe auf ich war ich war erst die ganze Zeit lang bei bei viereinhalb tatsächlich von fünf ähm aber wenn ich jetzt wenn ich wenn ich zurückdenke wenn ich wenn ich mir angucke also ich meine Wertung ja ist ja immer subjektiv aber wenn ich jetzt einfach mal ganz plump gucke welche Filme habe ich so wirklich wirklich krass krass geratet und gefeiert gerade bei Pixar ähm dann muss ich da noch einen halben einen halben abziehen ich gehe auf vier vier von fünf das ist ein ganz toller schöner Film toll dargestellt ähm eine gewisse auf den Grund habe ich ja schon genannt weshalb der so ein bisschen höhere Wellen schlägt bei mir und er ist wirklich schön und wie gesagt das ist ähnlich wie bei also bei oben finde ich es noch krasser weil die ersten 15 Minuten und das stimmt mir wahrscheinlich es gibt ich kenne niemanden der mir nicht zustimmt dass das das Beste ist was Pixar jemals mit das Beste was jemals gemacht wurde äh am Anfang der der zerreißt mich echt lässt mich wie ein Baby heulen quasi ähm und oben wird danach echt schwach und bei Soul ist das nicht so dass er sehr stark anfängt und dann schwächer wird sondern er er findet nicht dieses er findet nicht diese Stufe hoch zum zum Perfekten was Pixar ja eigentlich immer anstrebt oder was halt man Pixar ja so hoch lobt oft ähm sei es jetzt Wall-E sei es jetzt bei mir Inside Out oder bei mir tatsächlich Merida ich liebe Merida ähm oh ok aber ja mein Gott 8 von 10 4 von 5 ist eine gute Wertung 7 oder 3,5 auch ist ein guter Film ja im Prinzip ja ich meine ich finde es ist nur traurig dass halt dann dieser Film halt garantiert dann auch wieder den Oscar für Beste Inviationsfilm gewinnt und dann sowas wie Wolf Walkers den ich tausendmal besser fand als das hier da geht dann und der hat auch ein irgendwie bekanntes Konzept als Grundhandlung aber die machen da viel mehr draus und da habe ich sechsmal geheult also da war ich völlig fertig nach dem Ding und ja also den fand ich halt und dem wird dann wieder komplett der Donner gestohlen einfach und einfach nur weil ja das ist ein junger Pixel also der räumt halt garantiert ab und das finde ich halt eben extrem nervig auch dran aber dafür kann der Film nicht wirklich was ähm es ist halt nur schade ja definitiv das stimmt das stimmt ja aber ich meine wenn er den Oscar gewinnt dann hat er es auf jeden Fall mehr verdient als Onward zum Beispiel ich fand halt Onward tatsächlich weiß nicht so als 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 Gesamtpaket besser irgendwie also nicht nicht irgendwie weil und am Schluss ist bei mir auch tatsächlich eine Träne geflossen das war hier nicht der Fall ja also denke ich halt Onward ist ja also ich weiß nicht Onward Onward konnte ich einfach noch ein bisschen mehr mehr abgewinnen aber es ist halt die Filme lassen sich schlecht vergleichen inhaltlich und Onward ist eben vielleicht hat mich auch an Onward hat mich eben auch vielleicht die Tatsache erfreut dass es sich nicht wirklich anfühlt wie so ein typischer Pixar-Film Onward vielleicht hat das so ein bisschen ne auch Pixar oder nein 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 das war Pixar ja ok stimmt das war komplett Pixar und ja weiß nicht vielleicht war das eben die Tatsache dass sich so ein bisschen anders angefühlt hat und das fand ich eben nett also diese Art von diese Art von Film sieht man da nicht so oft aus der Sparte und eben mit einem netten Gimmick was auch nicht vollständig genutzt wurde aber trotzdem schön und naja das ja also naja man kann sie nicht komplett vergleichen aber ich fand halt Onward letztendlich hat mir noch ein bisschen mehr gegeben ok als als Soul noch ein kleines bisschen ok ja dann haben wir es bei mir ist es genau andersrum ich bin ein bisschen mehr bei Soul als bei Onward und dann können wir dann können wir Schluss machen würde ich sagen ja es gibt am Schluss vom Abspann gibt es einen mega geilen Textgag den ich den ich ganz ganz wundervoll fand und das ist halt kein Spoiler weil das steht halt animiert in den Pixar Studios und dann steht ein bisschen kleiner drunter und in und and in homes at least six feet apart from each other across the Bay Area und da dachte ich ah das stimmt also dieses Ding hier entstand eben auch teilweise im Homeoffice und ja also das ist eben das ist eben schön dass sie das mit thematisieren das stimmt ja das machen sie immer so schön den Abspann lohnt sich oft oh ja ja das ist wie gesagt guckt vor allem den Abspann wenn ihr noch ein bisschen mehr von der Musik in Isolation hören wollt denn die ist da ganz gelungen definitiv ja sehr schön jawohl das war dann mit Pixar's Soul ja ja mir auch mir auch teilweise vielleicht etwas kontroversere Meinungen also ich werde halt keiner von den Kritikern sein die jetzt auf Twitter in den Himmel Lob preist da habe ich halt dieses Jahr einen anderen Favoriten ja sehr schön tipptopp aber gut dann war es das von uns vielen vielen Dank fürs Zuhören hier beim Tele-Stammtisch wir melden uns das nächste Mal mit der nächsten Kritik vielleicht wieder Animationsfilm vielleicht Drama vielleicht Horrorfilm vielleicht Liebesbeziehungskiste wer weiß alles auf einmal richtig bin ich dafür ganz genau tschüss also dann behaltet eure Seele schlaft nicht ein beim Gucken und wir wünschen euch eine wunderschöne Zeit bis zum nächsten Mal hören bis dann wir Jungs vom Tele-Stammtisch danke Till bis dann tschüss hallo und herzlich willkommen zurück beim Tele-Stammtisch und heute beziehungsweise jetzt wieder zu einer Besprechung zu einem Weihnachtsfilm ich glaube das ist der vierte Weihnachtsfilm den ich dieses Jahr hier beim Tele-Stammtisch bespreche mit dem großen Unterschied dass ich diesen Film diesmal nicht gesehen habe sondern der Piet hallo hi Paul hallo genau wir oder beziehungsweise du hast Happiest Season gesehen eine romanze Komödie ist es überhaupt ein Weihnachtsfilm kann man es erst sowas bezeichnen ja auf jeden Fall gut der ist am 12. Dezember 2020 hier als Video on demand rausgekommen zum Beispiel bei Amazon Prime oder bei ja gibt es den zu kaufen geht 102 Minuten ist von Claire Duval Claire Duval ich habe es jetzt ein bisschen französisch ausgesprochen Duval würde ich sagen ja und unter anderem mit Kristen Stewart Mackenzie Davis und Mary Steenbergen Piet um was geht es in Happiest Season ja vielleicht mal vorneweg das Genre um das Genre abzuklären es ist so ein bisschen LGBTQ Weihnachtsfilm das heißt es geht um das lesbische Liebespaar Abby und Harper gespielt von hast du schon gerade gesagt Kristen Stewart und Mackenzie Davis und die Weihnachtszeit steht vor der Tür Abbys Eltern sind vor 10 Jahren gestorben und deswegen entschließen sie sich zusammen zu Harpers Eltern zu fahren und Abby geht am Anfang noch davon aus dass sie ihren Eltern aufgeklärt hat darüber dass die beiden zusammen sind und als lesbisches Liebespaar aber dem ist natürlich nicht so und deswegen gibt es da schon den ersten Konflikt zwischen den beiden dass sie nicht so richtig also dass Harper ihren Eltern das nicht erzählt hat und damit bis nach Weihnachten warten will und die beiden sind aber jetzt trotzdem zu den Eltern zusammengefahren und müssen da jetzt irgendwie so ein Scheinbild von sich präsentieren dass sie nur beste Freundinnen und Mitbewohnerinnen sind und dann gibt es noch ein Problem weil Abby ist so ein ganz ganz normales Mädchen würde ich mal sagen von Kristen Stewart gespielt einfach so eine ganz Liebe die eigentlich keinem was Böses will und aber halt auf einfacheren Verhältnissen kommt und Harpers Eltern und ihre Familie sind so schon sehr Upper Class und High Society und da gibt es so ein ja das passt nicht so richtig zueinander ja was man noch dazu sagen kann der Film sollte ursprünglich in den Kinos anlaufen ja wurde nichts draus deswegen wurde jetzt auf Streaming Anbietern veröffentlicht eben in den USA ist es Hulu und hier kann man ihn unter anderem also eben auf Amazon Prime oder auf Amazon finden gut ja genau in den USA gibt es den glaube ich schon seit Ende November und hier jetzt seit dem 11.12. zu kaufen genau was ich noch gelesen habe das ist wo also als Weihnachtsfilm einer der ersten Weihnachtsfilme der eines großen Studios mit LGBTQ Hauptfiguren das fand ich noch ganz interessant hab ich dann kurz drüber nachgedacht und hab gedacht hm stimmt du kennst keinen vielleicht oder ja nur so ich kenne auch einige Weihnachtsfilme aber ganz leicht so im Hintergrund aber wirklich Hauptfiguren da ist mir auch spontan keiner eingefallen würdest du denen jetzt gleich sagen dass dieser Part dann auch überwiegt oder überwiegt dann doch so das typische Weihnachtsfeeling oder rund um das Weihnachtsfest naja also ich würde mal sagen wenn man diesen Aspekt ein bisschen ausblendet dann ist der Film eine relativ typische Liebesgeschichte das heißt ein Partner besucht mit dem anderen seine Eltern zum ersten Mal und kommt in diese Familie in dieser Familie sind natürlich alle haben so ihre Eigenarten und es gibt Konflikte zwischen Geschwistern und sowas das ist schon eine relativ typische Geschichte und deswegen vielleicht so ein relativ normaler Weihnachtsfilm und jetzt ist aber dieses LGBTQ diese Geschichte bringt nochmal so ein bisschen Veränderungen da rein einfach weil Harpers Familie auch recht konservativ ist und es allein deshalb schon Probleme gibt mit den Grundansichten weil normal ist es dann halt so dass die Eltern oder die Geschwister den neuen Partner nicht mögen oder mit dem nicht so richtig klarkommen ich weiß nicht ob du die Stone Family gesehen hast mit Sarah Jessica Parker da ist es halt genauso und hier ist es aber eher so dass sie mit einer Situation die für uns alle ja wahrscheinlich noch relativ neu oder nicht alltäglich ist auch konfrontiert werden und das bringt halt so ein bisschen diese Abwechslung da rein ja wobei also wenn ich so jetzt darüber nachdenke dann ist auch dieses Konzept so von wegen ja ich habe meinen Eltern noch nichts von uns beiden erzählt das habe ich zum Beispiel in Sitcoms findet man das ja immer wieder ja genau das meine ich ja das ist das was schon recht bekannt ist und was relativ typisch ist aber hier ist es halt eher noch noch so ein Stück mehr ich habe meinen Eltern nicht erzählt dass ich schwul lesbisch oder was auch immer bin und dass dann der neue Partner direkt schon so vorgesetzt wird und es aber ein Geheimnis drum gemacht wird hat dich das gestört dass zumindest diese also dass es dass es sich nicht komplett neu eingefühlt hat oder schafft man es das dann ganz gut mit dem mit dem Weihnachtsfeeling das da zu ja das dass es sich gut anfühlt ich hatte ich hatte auf jeden Fall eine gute Zeit beim Schauen es hat schon wirklich mich unterhalten dieses ganze LGBTQ das war auch nicht so sehr im Vordergrund das wurde einfach so normal eingeführt und das fand ich sehr schön dass man das so macht dass es einfach auch normal ist und dass man dann nicht groß sagen muss ja es ist hier haben wir zwei lesbische Darstellerinnen oder zwei lesbische Hauptfiguren zum ersten Mal in einem in einem Weihnachtsfilm ja und warum sollte das was besonderes sein warum kann das nicht auch was normales sein wobei man ja dann schon so quasi so wie ich es jetzt verstanden habe das besondere oder das andersartige in Anführungszeichen betont indem man diese Story eben spinnt dass sie sich noch nicht vor ihren Eltern geoutet hat ja das auf jeden Fall auch ja was mir vielleicht auch gut gefallen hat ist dass es sich trotz dieser ganzen LGBTQ Geschichte nicht zu ernst nimmt das heißt macht auch genau darüber Witze und verkauft auch diese Witze als ganz normal auch darüber darf man Witze machen so und diese Balance zwischen beidem schafft dieser Film wirklich gut zu wahren das heißt auf der einen Seite ist man sich bewusst dass es eine ernsthafte Geschichte ist und dass es ein ernsthaftes Problem ist wenn zum Beispiel der konservative Vater da schon ein Problem mit hat und auf der anderen Seite ist es aber auch so dass dann dass dann irgendwelche Kommentare oder so von ihm kommen und die dann lustig inszeniert werden und das passt aber auch ist denn das so also sind die Charaktere wenn du sie jetzt so sagst stereotypisch eher weil ich habe mir jetzt auch den Trailer mal angesehen und da war schon der ein oder andere so dabei wo ich mir gedacht habe okay also das sieht mehr so aus wie so eine Figur die man auch in vielen anderen Filmen wiederfindet ja es gibt schon sehr stereotypische Figuren ich erinnere mich da gern an Abys besten Freund der zuerst bei ihr zu Hause auf ihre Haustiere und so aufpasst ich glaube genau den habe ich gemeint der ist ganz offensichtlich schwul und ohne das jetzt Werten zu meinen aber seine ganze Attitüde und so ist auf jeden Fall daran angelehnt ja und dann gibt es auch noch Harpers Geschwister die eine ist so ganz schüchtern und ganz verletzlich und schwach und bekommt gar keine Zuneigung von irgendjemandem und dann ihre andere Schwester die die Perfekte der Familie ist von Alison Brie gespielt könnte man das Community noch kennen ja genau und die ist halt so die Perfekte der Familie hat zwei perfekte Zwillingskinder die aber halt auch perfekt sind deswegen sehr ja sehr steif sind aber dafür halt alles können aber sonst würdest du sagen die schauspielerische Leistung wie sieht es denn mit Kristen Stewart aus wenn sie in der Hauptrolle hier ist ja Kristen Stewart schafft das auf jeden Fall gut diese Hauptrolle einzunehmen und sie ist halt wirklich auch die Hauptfigur weil man als Zuschauer immer so ein bisschen durch ihre durch ihre Sichtweise das sieht was sehr typisch ist wenn jemand Neues in die Familie kommt dann ist das ja auch so dass man das aus deren Perspektive betrachtet dieses ganze neue Umfeld diese neuen Leute und dieses Nicht-Zugehörigkeitsgefühl und das schafft sie gut ihre Beziehung mit Mackenzie Davis funktioniert auch gut und da muss ich aber sagen spielt Kristen Stewart auf jeden Fall auch meiner Meinung nach ein bisschen besser als Mackenzie Davis das tut würdest du denn sagen wenn man sich diesen Film jetzt wir haben am Anfang gesagt Weihnachten kommt denn auch so das Weihnachtsfeeling ein bisschen rüber Ja das Setting ist auf jeden Fall an Weihnachten das ist Weihnachten kommt die ganze Familie zusammen und es ist auch Schnee draußen man sieht einen Weihnachtsbaum es geht ein bisschen um Geschenke und deswegen würde ich schon sagen dass es ein Weihnachtsfilm ist auf jeden Fall Ja klang jetzt auch so nach ist es kann man wird das vielleicht so teilen auch so ein bisschen so ein gemütlicher Film oder so zum Wohlfühlen Ja auf jeden Fall es liegt halt auch daran an diesen an diesen Comedy Fakten und den Running Gags die immer wieder auftreten dadurch wird einfach die Stimmung so ein bisschen aufgelockert und man kann den Film auch einfach einfach gucken und Spaß haben und eine gute Zeit damit haben das ist denke ich das was du damit meinst Ja das klingt das passt ja auf jeden Fall jetzt in die Tage ich habe den auch nicht ganz abgeschrieben der steht bei mir auch noch an Ja irgendwann das kann ich auf jeden Fall empfehlen Genau gut dann hast du noch etwas was du zu diesem Film ergänzen möchtest worauf wir jetzt noch nicht eingegangen sind Ich denke ich kann im Fazit jetzt nochmal so ein bisschen das Ganze zusammenfassen Sehr gut und du kannst vergeben wir können jetzt schon mal kurz was können wir denn für Punkte vergeben Was gibt es denn in dem Film besonderes Ja das ist schwierig Weihnachtsfilm kann man immer irgendwie Weihnachtsstern oder so vergeben Das ist recht naheliegend Ja dann vergift doch gerne das Ja Also ich sag mal vorne rein Happy Season hat mir gut gefallen Ich fand schön dass LGBTQ nicht so sehr im Vordergrund war und das einfach ganz normal eingeführt wurde Das ist eine ganz normale Liebesgeschichte von der man jetzt nicht zu viel erwarten muss Der Verlauf ist relativ ähnlich hat man eventuell auch schon mal in vielen Teilen so gesehen Der Cast harmoniert ganz gut zusammen Kristen Stewart sticht da natürlich heraus und spielt super Hat mir sehr gut gefallen Es gibt viele überstereotypisierte Figuren die so teils teils da bin ich so ein bisschen hin und her gerissen Manchmal war es mir zu viel aber manchmal hat es mir auch echt gut gefallen und Spaß gemacht Die Running Gags waren nett und ja gibt einfach ein ganz gutes Gefühl und so ein spaßiger Weihnachtsfilm Punkte waren jetzt Weihnachtssterne dreieinhalb von fünf Sehr schön Dreieinhalb von fünf Weihnachtssternen Gut Ganz genau Dann bedanke ich mich bei dir dass du dir diesen Film angesehen hast Ja gerne Und wir sehen beziehungsweise hören uns bestimmt beim nächsten Mal hier beim Tele-Stammtisch Tschüss Tschüss Hallo und herzlich willkommen zurück beim Tele-Stammtisch In einer Zeit in der die Kinos geschlossen haben müssen ja Film- und Serienfans wie wir die Augen so ein bisschen offen halten entweder auf Blu-Rays oder auch auf Streaming-Anbieter oder auf Mediatheken zurückgreifen und deshalb soll es jetzt nicht nur um einen Film oder eine Serie an sich gehen sondern um ein Komplettpaket sozusagen TV Now Die Redaktion des Tele-Stammtischs hat einen Zugang zu eben dieser Plattform erhalten Ich glaube es gab schon einzelne Besprechungen zu ein paar Inhalten Ich glaube Lass und Patrick haben zum Beispiel Twilight Zone angeschaut und Patrick hat war glaube ich auch bei Brave New World dabei und wenn ihr also konkret nach diesen Inhalten sucht dann schaut doch da mal beim Tele-Stammtisch nach Heute habe ich jemanden bei mir die liebe Nina Hallo Hallo Und ja die hat sich so ein bisschen durch die ganze Seite geklickt und ein bisschen da geguckt und sich das Ganze mal angeschaut Ich habe nämlich nichts von TV Now gesehen ehrlich gesagt war ich glaube ich noch gar nicht auf dieser Seite und umso gespannter bin ich jetzt auch was du zu erzählen hast Ich kannte TV Now bisher nur ganz dunkel aus der Fernsehwerbung Hattest du dir vorher was gesagt? Auch nur weil ich nach was gesucht habe und zwar ich wollte unbedingt Shits Creek gucken und TV Now ist die einzige Streaming-Plattform in Deutschland wo das zu sehen ist Es gibt noch nicht mal irgendwie auf Amazon das zu kaufen sondern nur auf TV Now deswegen habe ich schon länger damit geliebäugelt mir das zu holen und ich ganz also Spoiler Alert ich glaube ich hole mir auf jeden Fall zumindest zum Testen die 30 Tage umsonst aber ich bin auch sonst sehr zufrieden sozusagen mit dem Angebot Oh okay vielleicht kannst du kurz sagen was TV Now genau ist also du hast jetzt schon gesagt ist es ein Streaming-Anbieter oder ist es eher so Mediathek oder was ist das beides es ist alles in einem es ist halt wirklich du kannst Filme und Serien streamen so am Stück ich habe gerade hier gesehen es gibt zum Beispiel Gossip Girl alle Staffeln da kannst du dir die durchsuchten du kannst aber auch den du kannst aber auch Live-Fernsehen empfangen also wirklich du klickst dann auf Vox und dann kommt halt das was bei Vox gerade läuft und es gibt aber auch Mediathek im Sinne von ich habe zum Beispiel Lego Masters 2020 geguckt die vier Folgen die es gab und das ist halt so eine Art Mediathek weil das halt im Free-TV laufen ist oder hier es wird immer wieder angezeigt verbotene Liebe man kann verbotene Liebe gucken zum Beispiel und das sind halt so so die Sachen die man halt sich angucken kann also es ist wirklich recht viel was man machen was man gucken kann aber es sind halt nicht alle Sender Filme also auch auch Filme weil du gerade gesagt hast ihr sehen ja also ich kann hier mal gerade es sind halt viele Weihnachtsfilme die jetzt gerade angeboten werden zum Beispiel Drei Haselnüsse für Aschenbrödel zum Beispiel kann man sich angucken als Videon Demand sozusagen als halt zum Stream oder Asterix in Amerika ist hier auch also es ist viel 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 Programm was man halt sich angucken kann in der Premium Version natürlich weil das ist halt ein Punkt das ist total unübersichtlich finde ich weil es gibt TV Now da kommst du umsonst rein und das ist dann halt wirklich wie so ein das Fernsehprogramm so von Fox, RTL und die ganzen die dazugehören Nitro glaube ich gehört auch dazu da hast du TV Now Premium was wir jetzt haben zum Ausprobieren da kannst du halt auf die ganzen Premium Angebote also du kannst dann halt zum Beispiel verschiedene Serien gucken wie zum Beispiel halt Shits Creek oder Grey's Anatomy oder Doctor House das sind halt unfassbar viele Serien die man sich angucken kann es gibt auch ein paar die sind TV Now exklusiv wie zum Beispiel Shits Creek ich komme immer wieder auf Shits Creek weil das ist ein gutes Beispiel denn ich wollte das auf Englisch gucken aber das gibt es nur im TV Now Premium Plus und diese 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 Abstufen finde ich halt total unübersicht also Moment jetzt muss ich kurz es gibt also es gibt das normale TV Now wo eben jeder in die Mediathek reingucken kann dann gibt es das Plus und dann gibt es noch Premium ne es gibt TV Now TV Now Premium TV Now Premium Plus ach so oh Gott okay und kennst du also wie viel muss man muss man für die einzelnen Zahlen also für TV Now das normale ja nichts und für die anderen genau nichts TV Now Premium wo du halt auf alles Zugriff hast aber nicht auf die Originalversion das ist halt für mich immer so ein Ding ich möchte immer im Original gucken wenn möglich TV Now Premium ohne Original aber mit allem was man sich angucken kann kostet glaube ich knapp 5 Euro 4,99 wenn mich nicht alles täuscht und TV Now Premium Plus kostet dann halt knapp 8 Euro also 7,99 glaube ich irgendwie sowas ah okay ja es ist das ist halt sehr unübersichtlich so vom Angebot her ah hier genau du kannst halt for free kannst du halt nur im Web gucken ansonsten hast du halt auch eine App die du nutzen kannst ja aber das muss man wirklich irgendwie immer mal wieder sich irgendwie angucken was man wirklich braucht aber es ist wirklich sehr viel sehr Wust weil es gibt es ja auch vor allem auf Magenta TV das verstehe ich gar nicht okay und ja das ist mir etwas unübersichtlich und ja also diese Inhalte die sind dann quasi auch gemischt also du hast den was äh TV Now Premium und TV Now Premium Plus die hast du in einer auf einer Fläche quasi genau also TV Premium ist halt einfach alles du kannst halt die ganzen Sachen die halt es gibt halt wenn du auf der Seite bist gibt es auch halt auch die Filme die Serien und da steht halt Premium und da musst du halt die Premium Version von deinem Account haben und dann kannst du es gucken und wenn TV Now Premium Plus dann kannst du halt äh unterschiedliche äh Töne also die auf Deutsch auf Englisch je nachdem es gibt auch sehr viele Anime da kannst du wahrscheinlich auch auf Japanisch gucken ja es ist halt sehr sehr viel deswegen ist es auch sehr sehr unübersichtlich ich hab echt ich glaube die meiste Zeit wo ich das äh ausprobiert habe habe ich mich durchgeklickt und geguckt und es gibt einfach wirklich die ganzen Artserien die ganzen Krimiserien und dann gibt es auch noch die und die und die und dann gibt es äh Paradies äh hier Paradise Hotel oder ähm Temptation Island dann gibt es diese ganzen äh Free-TV Formate so es ist es erschlägt einen schon aber es ist halt wie gesagt es ist unfassbar viel was man hat einfach an Angebot nun nun weiß ich nicht ich weiß nicht ob du da noch eher den Überblick hast inwiefern Serien also jetzt mal abgesehen von dem zum Beispiel von dem RTL-Content der jetzt auch vielleicht einfach so anzusehen ist wie viel von diesem Content auch bei anderen Streaming-Anbietern irgendwo ist du hast jetzt gesagt deine was war das Schitt's Creek Schitt's Creek genau ich muss erst mal ich muss erst mal googeln was das ist ähm das ist ja zum Beispiel nicht drin aber wenn du zum Beispiel sagst so Dr. House oder so da habe ich überhaupt nicht den Überblick ob man das dort finden kann oder dann halt bei Amazon kaufen kann ähm ich glaube man kann einfach also es gibt viel was nicht exklusiv ist also es gibt viel wahrscheinlich also ich glaube hier zum Beispiel Bridget Jones gibt's auf Netflix oder so also es ist halt nicht viel eigenes aber es ist einfach so unfassbar viel dass man vielleicht so die eine oder andere Streaming-Plattform so zusammengepackt hat so mit den Sachen also es ist wirklich also das kann ich nicht so so krass betonen wie ich eigentlich möchte aber es ist halt einfach unfassbar viel was man hier gucken kann sodass ich halt einfach auch den Überblick verliere und überhaupt nicht weiß wo ich anfangen soll weil ich bin auch nicht so Fan von diesem ganzen äh also Live-TV habe ich jetzt nicht so wirklich ausprobiert weil es hat mich dann schon total gestört ich habe Vox angemacht wollte Cinderella glaube ich gucken so zum Ausprobieren und dann lief halt Werbung und dann bist du halt abhängig von diesem äh auch was läuft jetzt gerade und so ne ich bin halt eher ein Fan von Streaming wo ich halt oder Video on Demand wo ich einfach sage jetzt will ich das gucken ja und dann mache ich es an klar ja würdest du sagen jemand der jetzt zum Beispiel oder gibt es eine direkte Zielgruppe oder wem würdest du sagen ähm würdest du das empfehlen wenn man jetzt schon zum Beispiel Amazon Prime oder auch Netflix jetzt schon hat würdest du trotzdem sagen dass sich das lohnen würde auch wenn man jetzt eben nicht keine Ahnung was man ich hab ja auch also diese ganzen RTL Produktion zum Beispiel sehen will ja es ist halt das Ding ne wenn man gerne Fernsehen guckt also so lineares Fernsehen und das Fernsehen äh und das Angebot gerne guckt was im Fernsehen so gibt dann ist es auf jeden Fall ähm auch ne Sache die man sich anschaffen kann weil wie gesagt man kann auch TV Now einfach so und dann ist es halt ähm einfach da so ne nur halt online und ist ich muss kurz ist das weißt du ob das direkt mit Werbung ist weil ich kann das ja ja okay also also das Live Programm ist tatsächlich mit Werbung und das andere direkt das also wenn du Live TV anguckst ist es mit Werbung wenn du die das On Demand anguckst kommt dann auch Werbung außer du hast TV Premium Plus da kommt gar keine Werbung bei TV Now Premium kommt eine Werbung ach so bei Premium kommt auch Werbung genau es kommt immer wenn du anfängst kommt Werbung und das ist halt auch so ein Ding ne ich hab am Handy angemacht Werbung ja und dann hab ich kurze Zeit später das ausgemacht äh am PC angemacht Werbung also jedes Mal wenn du das öffnest kommt nochmal Werbung das ist halt ein bisschen nervig und vielleicht lohnt sich dann die drei Euro mehr einerseits für keine Werbung andererseits für Originalton ja genau aber es ist halt wirklich ähm ich bin da einfach ich das ist schon bei Netflix bei mir ein Problem wenn ich mir aussuchen soll was ich gucken will ja und hier ist es noch schlimmer aber es ist halt richtig sind richtig coole Sachen dabei zum Beispiel Zurück in die Zukunft das hab ich glaube ich nirgends gesehen dass man das irgendwie streamen kann auch Indiana Jones kann man hier streamen Hobbit falls es irgendwie interessant ist also es ist halt und hier Fantastic Four der neueste Film kann man sich auch angucken also es ist halt wirklich äh ich kann auch gar keine Zielgruppe so wirklich benennen weil es einfach so krass viel gibt deswegen einfach mal gucken man kann sich ja ein TV Now Ding holen ist ja für umsonst reingucken wenn man sich denkt jo find ich cool dann TV Now Plus äh Premium und wenn man sich denkt ich will ganz viel extra und Originalton dann TV Now Premium Plus ja sehr gut gibt es noch was was du unbedingt zu dieser Plattform anmerken möchtest ja das ist halt sehr also diese Unübersichtlichkeit ist ein bisschen doof ne das ist halt erstens die Unübersichtlichkeit mit den mit dem Bezahlangebot dass man halt dieses dieses dreistufige Geschichte hat und ähm dass man halt einfach so einfach unfassbar viel man wird erschlagen mit Content das ist halt auch so ein bisschen weird hier es gibt ne ganze Reihe also es ist wirklich so ein Reiter nur mit gut gekocht mit Jamie Oliver also es ist halt wirklich ja und kurze nach wahre Verbrechen also so Krimisachen aber es ist es ist wirklich einfach krass okay ja jetzt wollte ich dich gerade fragen wie viel von fünf Funken würdest du geben aber ich glaube das machen wir bei Streaming-Anbietern nicht ja ähm ja gut also wie gesagt wir haben das mal ausgetauscht und ihr könnt ja einfach mal über diese Seite fliegen man kann sich das ja bestimmtes Angebot auch angucken ohne ein ja Abo jetzt schon abzuschließen genau ja man geht einfach auf die Seite und ist dann halt drin wie gesagt dann steht da halt manchmal Premium da kommst du nur rein wenn du Premium hast bei manchen halt nicht und ja ja aber wie gesagt man muss sich erstmal wirklich ich glaube eine Stunde lang damit beschäftigen was hier alles drauf ist ja genau naja vielleicht vielleicht hilft dir da auch wenn ihr das wenn ihr noch eine Entscheidungshilfe braucht oder vielleicht noch nicht so richtig wirst hm ist es was ich weiß dass wir die Besprechungen gemacht haben ich selbst habe sie ich habe eine davon gehört Twilight Zone ich verrate aber noch nicht wie sie es gefunden haben aber könnt ihr mal reinhören vielleicht ist das noch ein Grund da mal auch mal reinzuschauen es gibt du hast auch gesagt es gibt ein wahrscheinlich Probe Monat ist das mhm genau 30 Tage für für Premium und Premium Plus oder ist es dann wieder nur nur eins das weiß ich nicht wahrscheinlich nur eins ne aber ich glaube ähm also es ist halt die Kündigungsfrist ist 30 Tage ich glaube wahrscheinlich kann man aber nur Premium machen ich weiß es nicht also ist mir nicht äh ersichtlich geworden was was dann im Probe Monat drin ist ja okay also wer wer noch nicht erschlagen vom ganzen Streaming Angebot von anderen Anbietern ist TV Now ist vielleicht auch eine Option ich bin nicht ganz so ähm da drin das liegt aber auch daran ja ich glaube ich bin mit 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 Netflix und mit Amazon Prime und mit zum Beispiel Mubi noch ganz gut bedient und auch eingedeckt und ich glaube wenn ich jetzt noch ein Angebot dann du hast es ja auch schon gesagt also man wird erschlagen von den ganzen Sachen die man angucken könnte und auch irgendwo auf seiner Watchlist stehen hat aber wann man diese Liste dann mal von der Watchlist bearbeitet das ist eine andere Frage gut dann danke dass du dich da mal umgeschaut hast gerne gerne und wir hören uns bestimmt beim nächsten Mal wieder hier beim Telestammtisch ich sage tschüss tschüss sehr geehrte Damen und Herren Ladies and Gentlemen wertes Publikum vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Zeit wenn Ihnen gefallen hat was Sie heute gehört haben empfehlen Sie uns doch bitte weiter an Ihre Freunde Bekannte und Verwandte an jeden von denen Sie glauben unserer Podcast gehört genau um deren Ohren wir freuen uns sehr auf Ihr Feedback das Sie gerne hinterlassen können auf den Social Media Plattformen wie zum Beispiel Facebook, Twitter, Instagram oder auch bei uns im Blog unter tele-stammtisch.de da gibt es Kommentarfunktionen bitte nutzen Sie die Bitte und bewerten uns auch noch wir sind ein Podcast der von seinen Bewertungen lebt gehen Sie auf Apple Podcast auf podcast.de auf Google Podcast oder eine der vielen weiteren Plattformen auf denen man Podcasts bewerten kann und bewerten Sie uns das wäre total toll wir danken Ihnen vielmals und wenn Sie noch ein bisschen Geld übrig haben dann nutzen Sie noch die Gelegenheit uns via Paypal eine kleine Spende dazukommen zu lassen oder die Amazon Affiliate Links zu nutzen die Sie in den Show Notes finden vielen Dank und bis zum nächsten Mal Ciao Applaus 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 Applaus